So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Warriors Orochi 4. Hauen wir uns rein! Der Konrad ist ein Erkennen, der Herr Körnling auf der Körnlinge. Der Herr Körnlinge, der Körnlinge, der Körnlinge, der Körnlinge, der Körnlinge, der Körnlinge und Körnlinge. Das ist schon ein Schwa-Schei-Schei-Schei-Schei-Schei-Schei. Vielleicht werden Sie mit einem Kind in der Familie zusammengebracht? Ok, interessant. Sie sind die ganzen Zeit, wenn sie hier in diesem Welt waren. Sie haben sich über die Jahre, um mich zu entscheiden. Vielen Dank. ZEUS Ich weiß, dass ich mich nicht mehr so fühle, was ich. Ich habe mich, wenn ich mich, wenn ich mich, wenn ich mich sehen, ist es sehr schön. Ich meine Familie, ist es so warm. Ich weiß nicht, dass ich mich auch nicht verletzei. Ich werde dich von Oda-Gun retten. Naotra, wenn Sie sich nicht überwiesen werden, dann können Sie sich nicht mehr zurückgeben. Ich werde es nicht überwiesen. Ich habe ihn verdrückt, aber ich mag ihn nicht wirklich. Ich mag seine Aufmachung nicht. Da habe ich mich jetzt verdrückt. Eigentlich wollte ich es auf ihn machen. Schauen wir uns auch gleich hier die Ultimate an. Wahnsinn, unglaublich. Und Persos kämpft mit mit uns. Komm, 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 stirb. Sehr brav. Ja, 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 ich weiß, dass ich da runter muss. Danke. Er ist, glaube ich, ziemlich laiwern. Und seine Ultimate ist auch geil. So, der ist eh gleich da. Aber nicht auf ihn. Nein, 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 nein. Alter. Okay. Sogar in Zeit. Hey. Hey, der Wirr mich abhaltet, dass ich da... Ja, okay. Dann komm mal raus hier. Jetzt bin ich dran. Ja, der schaut zwar fett aus, aber es macht halt... Ja, hat leider Gottes keinen Damage gemacht. Ja. Ja. Ah, jetzt ist er wieder drinnen, eben diesen Leo drinnen. Geht er durch, geht er durch, geht er durch. Alter, ich komm gegen den nicht wirklich gut an. Oh nein, ich wollte blocken, ich hab nicht gewusst genau, wo er ist. So. Ah, ich muss mal bessere Leute jetzt mitnehmen. Die Missionen werden schwerer. Das heißt, ich kann nicht jeden herzeigen, leider Gottes. Na, ich glaub, das wird nicht einmal jetzt noch was. Es nimmt zwar ein bisschen ab, aber leider Gottes nicht allzu viel. So, jetzt können wir den endlich mal da eine reinhauen, dass er mit auch der viel Schaben da kriegt. Na komm, steh auf. Böser Typ, Alter, wirklich. Level Up, super. Level Up sind immer gut. Ab geht's. Das Biest. Mister Sadomaso, Mann. Alles gut. Wie wärs, wenn du nicht alles blocken würdest? Oder wir machen einfach den hier? Komm her da. Es ist zu wenig, was ich da an Damage mache. Ich brauch stärkere Typen. Und das Biest. Du hast eine Erklärung. In diesem Fall. Du bist eine Erklärung. Das ist alles. Also, wir bleiben mal bei dem Typen da drauf. Einfach. Zack, Zack, Zack. Machen wir mal den hier wieder. Den habe ich schon extremst lange nicht mehr mehr gemacht. Dankeschön. Okay, warte jetzt. Da soll ja irgendwo einer sein. Ah, hier. Ah, bitte. Ah, bitte, komm jetzt. Dankeschön, Shimbau. Schauen wir mal, ob du in mein Team kommst. So, wenn wir da jetzt runtergehen. Ich weiß, wo ich hin muss, aber ich will die trotzdem da mitnehmen. Sonst muss ich da nämlich wieder alles rundum und umlaufen und darauf habe ich nicht wirklich Bock. So, Mausi Bär. Ich bin dran. Ja, gegen den macht er viel Schaden. Er ist anscheinend schon ein paar Label gestiegen. Naja, das hat dafür überhaupt keinen Schaden gemacht. Vielleicht hat er ihn nicht troffen. So, schleicht's euch da. So, auf geht aufs Pferd. Den Basiskapitän da vorne nehmen wir gleich noch mit. Natürlich. So, runter mit dir. Bitte sterben. Danke. Bitte aufs Pferd wieder rauf. Alter. Machen wir's so. So, und hier ist er mal Ziel Nr. 1. Aha. Alter. Ja, das war gut. Ja, ja. Bei Samurai Warriors ist er irgendein hohes Tier, was ich weiß. Er hat ja auch den Cäsarkranz auf seinen Kopf. Sicher bin ich mir aber nicht. So, jetzt da machen wir wieder diese Kugel. Die werden wir jetzt öfters verwenden. Wenn wir mit Level 1 Typen spielen, müssen wir das einfach verwenden. Sonst komme ich da nicht weiter und das wird ewig lang dauern. Nicht einmal das tut sie, One Hitten. Aber es geht auf jeden Fall schneller. So. So, was glaubst denn du eigentlich, hä? Komm her da. Danke. Und du, hä? Okay. Wir müssen aber da runter. Na, dann holen wir uns mal unser Pferd. Und machen wir weiter mit dem Putzmann. So, ich bin schon da. Keine Panik auf der Titanic. Ich habe meinen Mob dabei. Ha, 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 ha. Spüre mein Desinfektionsmittel. Spüre meinen Fensterreiniger. Na komm, steh auf da jetzt. Danke. Kann ja nicht wahr sein. Warum kommen eigentlich immer diese Wurzeln da raus? Wer kannte das von meinen Supportern? Wahrscheinlich Gratos. Also, der zumindest ausschaut wie Gratos. Also, der zumindest ausschaut wie Gratos. Gib mir die Erfahrungspunkte. Dankeschön. So, wir gehen weiter. Genau. Und wir gehen oben nach rechts. Ah, Entschuldige. Oben nach rechts. Ja, da werde ich eh hingelotst. Sehr gut. Aber zuerst holen wir den, der da, der da raufkommt. Über was reden die da die ganze Zeit? 300 Hits wieder. Sehr gut. Komme ich auf einen Tausender mit denen? Ich glaube nicht, oder? Dafür machen wir wirklich zu wenig Damage. So, dankeschön. Jetzt gebiegen wir da ab. Ist da jetzt zu? Na gut, dann machen wir halt den, oder? Na gut, dann machen wir halt den da, oder? Na gut. Das ist ja verblüfft, oder was? Da kommt gleich der Nächste. Was ist denn jetzt los mit euch? Wie viele kommen denn da jetzt? Ah, bitte. Gehen wir nicht auf die Eier. Danke. Uh, der ist böse. Uh. Da mache ich gleich mal meinen Wirbelsturm. Der überhaupt kein Damage macht. Oh ja, ein bisschen. Na, du hast eh keine Chance. Du brauchst das gar nicht mal so probieren. Warte, noch mal den hier. Ah, der ist schon weg. Naja, ist ja wurscht. 750. Soll man den Gelben auch ausschalten? Ich habe keine Ahnung. Machen wir das einfach mal. Gelb bedeutet eigentlich neutral, glaube ich, in dem Spiel. Was ich weiß. Da verwenden wir jetzt aber nicht die Ultimate. Ja, das ist schon böse. Also wenn das aufklebelt ist, ist das wieder sehr, sehr gut. Danke. Danke. So, ich komme gleich. Ich komme. Ich komme. Oh, wen haben wir denn da? Grüß dich. Darf ich vorstellen? Meine Brigade. Dankeschön. Ja, gib her. Noch mehr. So. Ja, natürlich. Die kommen jetzt alle da in die Mitte, oder was? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal da rauf zu den Typen. Hey. Der ist aber weit jetzt raufgeflogen. Danke. So, jetzt gehen wir da runter. Dann machen wir da gleich wieder die Ultimate. Spüre meinen Desinfektionsmittel. Spüre meinen Wischmob. Ich kann mir keine neuen leisten. Der kostet mir zu viel. Der löst dich vollkommen auf. Ja, das ist der Rohrreiniger. Ah, bitte, Madame. Gehen Sie mir bitte nicht so am Arsch. Ich habe eine Freundin. Danke. Und gehen Sie Ihres Weges. Warte mal, dann holen wir uns jetzt einen neuen, bevor der da weg ist. Ab geht's. Ich treffe den Typen da hinten nicht. Jetzt habe ich ihn endlich. Na, ein paar habe ich reingekriegt. Aber den habe ich jetzt schön unterbötzt. Der hat volle Lebensenergie gehabt. Jetzt ist wieder einer weg, oder? Und was willst du? Du bist auch sterben? Kein Problem. So, da gehen wir jetzt rein. Da ist gleich der Nächste. Nach links oben werde ich wahrscheinlich eh müssen. Da ist wieder der Endkampf. Da haben wir die Nö. Hallo. Grüß dich, Nö. Oh, Summen. Was auch nicht mal das heißt. Ich habe keine Ahnung. Nö, ich ist auf Ungarisch Frau. Falls euch das interessiert, ich weiß es nicht. Und nein, ich bin kein Ungar. Meine Freundin ist Ungarin. So, 1000 Hits. Nicht schlecht. Filmen wir auch an 1000. 1073, wollte ich sagen. Gute Nacht, Nö. Okay. Da hinten auch noch. Kein Problem. Da machen wir gleich die Ultimate. Wie viele sind denn das? Ist der alleine? Ja, ja. Da machen wir gleich die Ultimate, oder? Okay. Da kriegen wir wieder viele Games. Her damit. Er hat das sogar überlebt. Okay. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich links oben, äh links rauf. So, den nehmen wir natürlich mit. Da ist er. Ja, das ist schon fett. Also es schaut urfett aus. Macht aber leider noch nicht so viel Schaden. Aber es schaut trotzdem mächtig aus. Ah, bitte. Einfach tot umfallen, ha? Danke. Und was ist mit euch da hinten? Oh, der Chef ist sogar rausgekommen, oder was? So, holen wir uns wieder den Herrn Blitzerblank. Und ab geht's. Nein, eine Super-Ultimate war jetzt nicht schlecht. Sehr schön. So, alle mal da einsaugen, bitte. Ein bisschen Schaden da machen. Das ist eh nicht so viel. Aber es ist besser als nix. Machen wir mal wieder den hier. Warum auch nicht? Ja. Sehr schön. Ah, nein, 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 nein. Nicht deppert werden jetzt da. Auf deinen alten Tag. So, der eine ist schon mal Geschichte. Der andere auch gleich. Die Ultimate ist auch fast voll. Aber nur fast. Komm, steh auf. Machen wir mal mit ihm. Ah, das mitnehmen. Danke. So, ihr kleinen Mausi-Bären da vor mir, ha? Na, dann gehen wir es mal an. Hat nicht einmal gereicht. Machen wir noch die normale Ultimate auch gleich hinterher. So, Meister Glanz. Kann ich Sia eigentlich auch spielen, die mit den Flügeln? Na komm, steh auf da jetzt. Okay, das war's wieder. Fertig. Oh, das war's wieder. Und der Hausmeister hat es erledigt mit seinem kaputten Wischmob. Wahnsinn! Nicht schlecht. Gut. Gut. Das Wettbewerb ist das Wettbewerb. Ich glaube, das ist das Mensch. Entschuldigung. Ich weiß nicht, dass wir auch gut wissen. Wir sind in der ersten Zeit gekommen. Ich denke, dass er sich mit dem Geist zu retten ist. Ich denke, dass er sich mit dem Geist zu retten ist. Aber warum... warum... ...hums... ...hums... ...masmus Nosoba fukamaru bakari desu... Shiba Shigen! Denka no chouteno mezasu zoh! Ok, wer er ist, weiß ich nicht... Sima... She... Keine Ahnung... Shiba Shigen! Maa... teki do ni yall wa... Ok, das könnte sein Bruder sein... ...eine Ahnung... ...dann ich... ...das könnte die Dorfhure sein... Ich weiß es nicht... Ein S... und wieder liegt's an der Zeit... ...naja... macht ja nix... ...gut... ...jetzt kommt sicher noch was, oder? Ba 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 ba... Komm! He 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 he... ...教's dir... ...dannu... 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 ...takarani... ...muragaru... ...teki mo iru... ...na... ...donna ni kivishii tatakai ni narou to... ...akiameru wa ke ni wa ika nü... ...no... ...Nobunaga no shiii o abakume ni mo... ...zeus kara sekai o ma moru... ...tame ni mo... ...kanalazu ya... ...udewa o kakho shinaけれba... ...aah, es wird kürzer... ...es wird kürzer, ok... ...so, suchen wir uns drei neue aus... ...sechs, sechs und sieben... ...naja... ...gut... ...we nehmma uns... ...ganz, ganz viele Level Einsler hier... ...ähm... ...ja, nehmma halt ihn einmal... ...nehmma die Frauen... ...na, die Frauen machma alle wieder... ...in einen... ...das heißt sie... ...sie... 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 ...ok gut, das ist keine Frau... ...ha, ha, ha... ...ah, ok, da haben wir auch noch eine... ...da machen wir jetzt mal nur Männer... ...er würde mich... ...also er würde mich auf jeden Fall interessieren... ...nehmen wir noch einen Mann... ...ich hab gesagt, ich weiß, dass ich gesagt hab, dass ich das im nächsten Part mach... ...nur mit Frauen, aber nein... ...das machen wir dann wieder wirklich im nächsten... ...das haben wir nämlich wirklich viele freigeschalten... ...so... ...das wird schon so passen, oder? ...muss ich da... ...ich hab keine Ahnung... ...ah, ah, ah, ah... ...ah, ah, ah, ah... ...nehm mal ihn mit... ...ich glaub, das ist der Bruder vom Hausmeister... ...ich bin mir aber nicht sicher... ...nehm mal ihn wieder mit... ...der ist das Grund als Supporter, um es umzurennen... ...ok... ...dann wird das mein Team sein... ...für das nächste... ...Gebiet... ...und wir sind noch immer in Kapitel 2... ...ernsthaft... ...ok, gut... ...ich bedanke mich bei euch, wie immer... ...ganz, ganz herzlich fürs Zusehen... ...macht's was gut... ...Tschüss Baba... ...euer Herzfehler... ...euer Herzfehler... ...zusehen... ...zusehen...